. . . . . . Hey, irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendjemand fehlt. Ah ja, stimmt. Meine Schwester hat voll kaputt gegangen auf Schule. Wer hat das schon? Hey, aber bei uns sind die Leute dabei. Ist sie dabei? Ja, sicher. Was denkst du? Ja, dass ihr so fett hier dabei war. Hey, haben wir die Neude zu Ihnen schon gesehen? Die Neude? Oh, ein riesen Musterschüler. Oh, mein Gott. Und das Kämpli. Gell? Ja, so. Torsam. Hey, wartet mal. Ich hätte eine Idee. Sie könnten bei uns einen Deal mitmischen. Oh, das ist geil. Wir haben ein neues Open. Gehen wir mal zu ihr. Okay, ist gut. Okay. Hey, bist du neu da, oder? Ja, und jetzt? Hast du noch nicht so viele Kollegen? Hey, willst du uns mitzuneifen? Komm, ich bau die Line. Ready, Karte? So, komm. Zeig uns, was du kannst. Hey! Was noch? Was noch? Was noch? Hey, was willst du? Was machst du mal? Weisst du was? Hey, weisst du was? Hey, wenn du keinen Ärger möchtest, gehst du jetzt diese drei Päckchen verkaufen. Und zwar je für 100 Franken. Ist das klar? Vergesst es. Ah! Lass mich! Oh, 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 oh! Pass auf, sonst passiert etwas. Was machst du mit einem slideshow? Mann Champions Ich bin da, ich bin da! Ich bin da, ich bin da! Ich bin da!